Die Schlossgarde steht hier sonst nicht. Ich habe sie auch kurz gefragt. Nein, sie würden nur jetzt da stehen. Und wir betreten ja das Gelände, auf dem die Königsfamilie auch lebt, im Schloss also normalerweise. Und da habe ich doch mal ein bisschen abgewartet. Die Poller ging runter und dann ging es schon los. Letzten Monat laufe ich in den argentinischen Präsidenten in Buenos Aires. Diesen Monat kommt hier die königliche Familie an mir vorbeigefahren. Und Prinz Horkon winkt mir zu. Wer da noch mit ihm im Auto saß, habe ich bis jetzt nicht so genau erkennen können auf dem Video. Als gebührender Abschluss eines Vorprogramms in Oslo noch mal ein Besuch beim Schloss. Und ich hatte Glück, direkt kam eben Horkon hier vorbei. Ich muss gleich noch mal auf dem Video gucken, ob der König vielleicht auch drin saß und hat mir zugewunken beim Rausfahren aus dem Schlossgelände. Kommt auch mal vorbei hier in Oslo. Es gibt viel zu erleben.